Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Kinderrechte. Soll das Grundgesetz geändert werden? Die Debatte über die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz ist in Deutschland nicht neu. Sie flammt immer wieder auf und spaltet die Gesellschaft in Befürworter und Gegner. Doch was steckt eigentlich hinter dieser Diskussion und warum wird sie so leidenschaftlich geführt? Historische Entwicklung und gesetzliche Grundlagen. Bereits 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet, die von Deutschland 1992 ratifiziert wurde. Diese Konvention garantiert Kindern weltweit grundlegende Rechte wie das Recht auf Schutz, Fürsorge und Beteiligung. Seitdem sind die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland in verschiedenen Gesetzen verankert, aber nicht explizit im Grundgesetz. Laut der Kinderrechtskonvention haben Kinder das Recht auf Leben und Entwicklung, auf Bildung, auf Schutz vor Gewalt und Missbrauch sowie auf Partizipation. Doch trotz dieser internationalen Vereinbarung ist die Implementierung der Kinderrechte in nationales Recht nicht überall gleich stark vorangetrieben worden. Dies führt zur Frage, ob es notwendig ist, Kinderrechte ausdrücklich im deutschen Grundgesetz zu verankern. Argumente für die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Die Befürworter der Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz argumentieren, dass dies eine deutliche und symbolische Anerkennung der besonderen Bedürfnisse und Interessen von Kindern sei. Ein wesentlicher Punkt ist die Rechtsdurchsetzung. Durch die Aufnahme ins Grundgesetz bekämen Kinderrechte einen deutlich höheren Stellenwert und könnten bei juristischen Prozessen noch stärker berücksichtigt werden. Ein weiterer Aspekt ist die gesellschaftliche Sensibilisierung. Kinder würden nicht nur als Rechtsobjekte, sondern als eigenständige Rechtssubjekte mit spezifischen Bedürfnissen und Rechten wahrgenommen. In einer Stellungnahme des Deutschen Kinderhilfswerks heißt es dazu. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben besondere Schutzbedürfnisse. Diese müssen wir auch in höchstem Maße anerkennen und in unserer Verfassung verankern. Argumente gegen die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Gegner dieser Idee befürchten, dass eine explizite Nennung von Kinderrechten im Grundgesetz zu einer Inflation von Grundrechten führen könnte. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Harbarth, äußerte dazu. Die Aufnahme spezieller Kinderrechte könnte das bestehende Gefüge des Grundgesetzes aus dem Gleichgewicht bringen, da es die Gefahr birgt, dass weitere Gruppen ähnliche Ansprüche geltend machen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die bestehende Gesetzgebung und Rechtsprechung in Deutschland bereits ausreichend sei, um Kinderrechte zu schützen. Viele Experten sind der Ansicht, dass der Fokus vielmehr auf die konsequente Umsetzung bestehender Gesetze gelegt werden sollte. So erklärte der CDU-Politiker Heiner Geisler. Anstatt neue Gesetze zu schaffen, sollten wir dafür sorgen, dass die bestehenden Bestimmungen besser umgesetzt und durchgesetzt werden. Internationale Beispiele. Ein Blick über die Landesgrenzen zeigt, dass die Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung durchaus üblich ist. In Norwegen etwa wurden bereits 2003 spezifische Kinderrechte in die Verfassung aufgenommen. Ebenso haben sich Staaten wie Schweden, Spanien und Portugal dazu entschlossen, Kinderrechte verfassungsrechtlich zu verankern. Diese Beispiele zeigen, dass dies nicht nur symbolisch von Bedeutung ist, sondern auch konkrete Rechtsfolgen haben kann. Ein oft zitiertes Beispiel ist Portugal, wo Kinderrechte seit 1976 fester Bestandteil der Verfassung sind. Dort hat die Gesetzgebung einen umfassenden Schutz von Kindern institutionalisiert, der bis heute Vorbildcharakter hat. In Schweden wurde 2020 die UN-Kinderrechtskonvention in nationales Recht überführt, was die Politik und Rechtsbrechung in Bezug auf Kinder signifikant beeinflusst hat. Der politische Prozess in Deutschland In Deutschland wird die Diskussion über die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz seit Jahren geführt. Verschiedene politische Parteien, darunter Bündnis 90 die Grünen und die SPD, haben das Thema in ihre Programme aufgenommen und mehr als Vorstöße unternommen, die jedoch bisher gescheitert sind. Ein großer Schritt in dieser Debatte war die Einsetzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe im Jahr 2019, die die Möglichkeiten der Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz untersuchen sollte. Im Januar 2021 gab die Arbeitsgruppe einen Entwurf bekannt, der jedoch in der Folgezeit auf heftige Gegenwehr stieß. Kritiker monierten, dass der Entwurf zu schwammig formuliert sei und keine klaren Rechtsfolgen nach sich ziehen würde. Auch der Deutsche Anwaltsverein und mehrere Kinderrechtsorganisationen äußerten Bedenken und forderten Nachbesserungen. Die gesellschaftliche Debatte. Die Gesellschaft ist in dieser Frage gespalten. Während viele Eltern und Erzieher die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz als wichtige Signalwirkung und sich davon eine bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern erhoffen, gibt es auch viele kritische Stimmen. Manche fürchten eine Überregulierung und sehen die Gefahr, dass staatliche Interventionen in familiäre Belange zunehmen könnten. Gerade in der gegenwärtigen politischen Klima, in dem Fragen von Individualrechten und staatlicher Regulierung immer wieder heftig diskutiert werden, ist die Frage nach Kinderrechten im Grundgesetz zu einem Symbol für tiefere gesellschaftliche Auseinandersetzungen geworden. Ein breites Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, darunter auch das Netzwerk Kinderrechte Deutschland, setzt sich vehement für die Verankerung der Kinderrechte ein und startet immer wieder öffentliche Kampagnen, um das Bewusstsein für diese Thematik zu schärfen. Fazit Die Diskussion um die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ist komplex und vielschichtig. Sie berührt fundamentale Fragen nach dem Verhältnis von Staat und Familie, nach der Rolle von Kindern in der Gesellschaft und nach dem besten Weg, die Rechte und Bedürfnisse der jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft zu schützen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Debatte entwickeln wird und ob es gelingt, einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu erreichen. Klar ist jedoch, dass das Thema Kinderrechte in den kommenden Jahren weiterhin auf der politischen Agenda stehen wird. Die Diskussionen in Norwegen, Schweden und anderen Ländern zeigen, dass die Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung kein Allheilmittel ist, aber durchaus ein wichtiger Schritt, um den besonderen Schutzbedarf von Kindern auch rechtlich anzuerkennen. Quellenangaben UN-Kinderrechtskonvention 1989 Deutsches Kinderhilfswerk Stellungnahme zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz 2020 Bundesverfassungsgericht Reden und Stellungnahmen von Stefan Harbarth 2021 Norwegische Verfassung Kinderrechte 2003 Portugiesische Verfassung Kinderrechte 1976 Schwedisches Gesetz zur Überführung der In-Kinderrechtskonvention in nationales Recht 2020 Berichte des Netzwerks Kinderrechte Deutschland verschiedene Jahre Autor Anita Farke, Freitag, 24. Mai, 24. Schneid Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.